Bei einem, weil er auch in der Führungszeugnis steht. Ja, das ist dein Problem. Aber alle wollen ja gar nicht mehr haben. Doch, er wollte damals ein Führungszeugnis von mir haben, als er Käufer. Ja, Schau, wenn der andere zum Hotel, muss er auch gelaufen, ne? Der will auch einen zahlen. Naja, falls man sehen, ob er damals geklaut hat und dafür... Weil ich sehe auch, wir beiden auch in der Führungszeugnis bei der Führung. Wir stehen. Nein, das ist nicht drin. Nur, wenn er eine gewisse Dumme gezahlt hat, Geld oder irgendwas... Ey, wir haben doch damals so Sachen abgeleistet. Ja, glaubst du, wir haben das drin, aber... Also, Jörg, wir stehen ja nicht hin. Er sagt, wir stehen hin. Ey, was lösst du mich so an hier, ey? Du lösst voll, ja? Nein, nein, nein. Der lösst mir voll an, hier heißt Geld. Wenn er denn so Geld haben bekommen hättest du wo oder irgendwas... Da ist er in Haft, in Knast. Ja, Knast, genau. Er lösst mir voll an hier. Echt da, wir stehen hin, das sei ja halt drin. Nein, wir stehen gar nicht drin. Kann nicht, guck mal, du hast ja noch Vorsicht für den Letzter, jedenfalls. Du hast ihn auf Fluss, weil wir uns geholt, ne? Und da stand ja gar nichts drin. Ich stand ja gar nichts drin. Sonst hätten nicht zu dem, dann bist du nicht noch. Er lösst mir voll hier, ey. Alter, der drin steht. Also, bitte. Nein, sag mal so. Nein, der hat angenommen, dass er drin steht. Die macht zur Nacht so schön, der schiedt drin. Ja. Seid zufrieden und macht dem Blödsinn hier noch irgendwas oder sonst was. So, was willst du erzählen, das Problem? Ja, wir gehen. Denkst du heute im Halbzimmer zu da sein? Ne, wir haben vor ein paar Spähtunnen. Also, die Verpünge stellen hätte ich überhaupt nicht sollen. Ne. WPVG, die sind ja auch nicht künstlich. Aber wie knapp wirklich Koffi würde ich dann auch wiedersehen, wo die ganze Reinkassen sind. Ja, wir haben vor ein Verspähtunnen erst. Aber was kostet, du bist teuer, ja? Neunzig Euro hoch. Wie wirklich? Neunzig. Neunzig, ja? Ja. Ja. Sie haben schon aufgelandert, ja? Ich komme ja nicht zu hoch und du gehst mit dem Ding auf, ne? Ja. Seit dem Augen getappen. Was ist das für das Atom? Ich brauche nicht noch Papier, also viel kopieren. Äh, ja.